Das Wichtigste im Hundetraining ist Aufmerksamkeit. Guckt mein Hund mich nicht an oder nur mit dem Hinterteil, brauche ich nicht weiter arbeiten. Aufmerksamkeit brauche ich. Ich brauche, dass mein Hund mich zumindest anguckt, wenn ich ihn anspreche und wartet, was passiert. Das heißt, wenn ich meinen zum Beispiel Wotan gucke, sitz, Kommando, okay, aufgelöst. Diese drei Sachen sind für mich im Hundetraining essentiell. Mein Hund, ich habe Aufmerksamkeit von meinem Hund, ich gebe ihm das Kommando und ich löse es wieder auf. Sie können ja Freizeit haben. Ich sage, geh und lauf. Ich habe hier jetzt ein paar mehr. Ups, bist du hinter mir gewesen, Kolo? Ich hoffe, ihr habt es jetzt alle im Bild. So, da sind sie alle. Ne, Finley, Linus, komm mal her, Mackie, komm mal ran, komm mal ran. So, ihr seht, Aufmerksamkeit ist da. Ich werde gerade angehimmelt. Die warten natürlich auf Leckerli. Linus, Otti, Otti, bleib mal hier. Aber jetzt habe ich auch. Ich habe das Kommando alle. Alle Sitz. Du bist auch alle. Aufmerksamkeit, Kommando und Auflösen. Okay. Super habt ihr das gemacht. Vorhin? Jetzt bist du auch, ach jetzt? Nur ein? Na super. Ja? Das geht jetzt übers Leckerli. Na klar. Warum nicht? Ich muss eine Belohnung finden, die meinem Hund Spaß macht. Wenn es ein Leckerli ist, meine Güte, aber warum nicht? Also, ich wäre ja blöd, wenn ich es nicht benutzen würde. Wenn ich einen Hund habe, der gerne frisst, ja, dann gebe ich ihm doch das, was er gerne hat. Das ist dann überhaupt kein Problem. Ich muss es nur wieder ausschleichen. Ich will natürlich auch nicht irgendwie mit einem dicken Rucksack rumlaufen, wo denn 50 Kilo Leckerlis drin sind. Ne, da habe ich auch keine Lust zu. Ich habe auch nicht immer Leckerlis in der Tasche. Aber ab und zu schon. Also, unser Dicker, der geht halt gerne raus und kriegt dann zwischendrin auch mal ein Leckerli. Mein Gott, da breche ich mir keinen ab. Aber sie bekommen das auch nur dann, wenn sie es vernünftig gemacht haben. Also, es wird nicht für jeden Müll ein Leckerli reingeschoben, was viele machen. Ne, also belohnen. Der Zeitpunkt der Belohnung ist in diesem Falle auch wichtig. Aufpassen. Man kann auch ganz schnell das Verkehrte belohnen. Man schiebt seinem Hund ständig irgendwelche Leckerlis rein oder belohnt ihn ständig für nichts oder fürs Verkehrte. Ich habe gerne Aufmerksamkeit. Also, wenn ich mich jetzt wieder zurückwärts bewege, werden sie wahrscheinlich irgendwie wieder alle folgen. Hoffe ich jetzt mal. Also, zumindest zwei, drei. Die anderen darf ich aber rufen. Hoi. Hoi. Komm her. Komm. Ne, super. Maggie, komm. Thea. Kolo. Ne, super. So ist fein. Wenn ich jetzt die Aufmerksamkeit haben möchte, dann nehme ich mir ein paar Leckerlis in die Hand. Es wird einfach nur der Name angesprochen. Otti. Und er kriegt ein Leckerli. Alfie. Und er kriegt ein Leckerli. Finley. Leckerli. Scooby. Leckerli. Thea. Und Maggie. Ja, super. Und Kolo nicht vergessen. Und Linus ist auch gekommen. So habe ich eine Aufmerksamkeit. Das kann ich jetzt auch verlängern, indem ich sage, Otti. Okay. Das gebe ich zwei, drei Mal. Ich halte die Aufmerksamkeit. Mein Hund sitzt bei mir. Ich löse es wieder auf. So funktioniert es. Und dann erhöhe ich die Ablenkung. Also ich lasse mal was fallen. Da habe ich auch schon ein paar Videos drüber gemacht. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Wichtig ist, dass die gucken. Ich habe immer noch eine Handvoll Leckerlis. Ich kann die wegpacken. Ist mir egal. Sie folgen mir jetzt. Sie gehen mit. Ich habe Aufmerksamkeit. Das Ganze aber ohne Kommando. Ich will gar nicht, dass sie... Kommando frei. Super. Sie sind da. Die warten natürlich auf irgendwas. Dass irgendwas kommt. Ein Spiel oder so. Muss aber nicht sein. Stehen sie alle hinter mir. Super. Das ist, was ich will. Das ist das, was ihr wollt. Aufmerksamkeit. Will doch jeder gerne. Und wenn ihr die vom Hund habt, gibt es auch die Bindung. Ne, Mäcki? Ne, komm mal hier. Ne, komm mal hier. Ja, super. Ja, komm hier. Ja, zeig dich mal. Ja, zeig dir. Ja, kommt euch alle. Ja, ja, kommt mal alle. Super. So macht ihr das fein. Ne? So macht ihr das fein. Super. Komm, kriegt ihr nochmal was. Ich weiß, das war jetzt leckerli-lastig. Ist aber egal. Ist egal. Viel Spaß bei der Aufmerksamkeit. Hilft ungemein. Schönes Wochenende. Musik 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 Musik